So, was ist going on? Be careful. Be careful. Ich habe schon ein Gefühl, es wird gleich wieder so lang. Und deiner. Ah. Oh Gott. Geh rein, bitte. Nee, leider nicht. Oh. Alter. Ich dachte, der würde beim Fasten da unten gehen. Scheiße, der aber. Der würde beim Fasten bounce. Und ich wollte den nur noch safe reinhauen. Und... Der bounce genau... Ah, der auch noch ab, statt nicht hochzurollen. Wollen wir da nicht hochrollen können. Nein, ich komme so dumm auf. Fahr einfach. Oh nein. Oh. Oh Gott, ich harmoniere hier nicht. Ich brauche den Eckboost. Jo. Och Mann. Muss der Keeper dann genau dann rauskommen. Ja. Schade. Mann. Ja, ich hätte nur zwei Zwölfer. Äh, nicht viel eh. Oh, nicht gut. Ja, nee. Nee. Hehehe. Der dubbelt den. Oh, nicht noch nicht. Schön. Schön. Hier rüber. Da, kommt er. Och Gott. Krass du. Ja. Heute mit dem Flip. Oh, geht nicht. Oh. Ich hab doch noch den Euren weggeräumt, ey. Hier. Gibt's nicht, ne? Oh nein, und er schießt ihn auch noch. Nein, ja. Scheiße. Wie, nee. Na ja, natürlich ist er drin. Ist unser Kacktor. Ja. 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 Ah. Er kommt da noch dran. Ist schon wieder null Boost. Wird der jetzt reingegangen, ich hätte das Spiel einfach gelietet. Ich hab keinen... Nee, Schrott. Schon wieder die zerstören, schon wieder. Oh im Hungry gameplay, Alter. Och Gott, was machen wir hier? ich weiß nicht warum wir die pisse in das spiel müssen tun keiner spielte mit pisse ich kriege ich werde hier voll ich krieg hier die krise junge soll das denn gleich erstes geben und ich werde hier nur gebauen sind direkt festet hier ich mag ja recht fest als spiel da war nicht bei rocket hat er hat mir schon wieder den bus geklaut wieso kommt wieder meine güte die spiel wie grütze ja kommt er da hat sie nicht natürlich der andere kommt ja den wieso sie auch nirgends irgendwo einhunderter auch mal die zwölf aber hier nicht mal zwölfer sind ich habe ihn gedobbelt aber da ging schon wieder nicht rein ich bin schon wieder schrott wir haben so ein lucky gameplay versuch mal mit 30 boost hier habe ich hier ist nix ich falle über ihn kein boost hier sport natürlich auch keiner ich bin schon wieder abgestiegen ich bin schon wieder abgestiegen ja es passiert halt bei schlechten spiel passiert ich bin von stamp 2 liga 3 auf die art 3 liga 1 so abgestiegen einmal also hallo also ich habe auch wieder das war alles in einem tag was was war sie fast ab ist ich passiert habe ich aufs richtige ja aufs richtige tor geschossen ist der moment halt stop wir machen bitte ein tor uns richtig weg hier schön ausgespielt und ich wurde zerstört du hast du hast du gemacht schön ja erinnert nichts daran dass es ein kack spiel ist habe ich hier wird abgezogen hier wir ja gar nicht springen kannst ist der letzte kack ich habe den bus gesnackt ich wird weggemauß der wollte mich zerstören das wäre auch gut gewesen für die aber ich bin im alter aufs post hier der krimi gose guter passen den hast du gut gepasst ich muss mal kurz im tonus werden geschrieben oder er hat geschrieben ja mann alter machen uns nicht fertig so so ein ding ist es nämlich du fährst jetzt ich komm mit da gab es mir kommt zu dir aber nicht tor weg gerammt also ja alles gegeben mehr ging nicht so jetzt sind beide da doch du klöten habe ich habe ihn er trifft die nicht er trifft die nicht kaum schon eike machen ich wollte ihn besser was das alles mann ja der controller nicht in der hand war schön weil ich auch durch die jungen zwischen die runden ja die tue das reicht mir nicht haben es hörst du ich habe ihn gefakt so schön sehr schön ich bin ihm aufgeben ja nice die können auch nicht aufgeben bei 2 30 doch erst ach ne bei 3 30 ne stimmt er kriegt ihn vor seiner front hier oh gott was war das denn das war laggy play alter mein auto driftet auf einmal so nach links weg ich bin ganz normal gefahren ohne hand rum so alles was war das denn alter hat viel getrunken nee kann ja sagen die besoffenen auch immer war hier ist für dich ja banden ding kapiss dich richtig durch die map geschoben hier wo ist die map ja ist das eine unlogische kacke hier scheiß die wandern ich bin dort ich bin ins tor reingefahren machen sie uns richtig fertig ich fand es dort guckt auf den ball und guck und guck und guck und ich guck gar nicht wo ich war ok machen sie fertig scheißegal du kleine hure oh sorry das wollte ich reich doch ich habe ihn gehalten du machst ihn noch eben kurz und jetzt schießt du die pille zu mitte und ich mache ein tor ich weiß gar nicht scheiße was davon nicht stimmte naja mein tor ich fein schrott ich versuch es ja er kann nicht spielen ich habe ihn nicht verbreiter ich werde hier nur durch die gegend geschoben nein ich bin da hingeflogen ja ich konnte nicht anders ich habe ihn einfach gespielt und flog dann einfach so da konnte ich nichts für du willst dass ich die playstation auch noch kaputt habe war sicher will ich das habe ich natürlich vorher gewusst dass du das machen willst ich habe mich zweimal hinterher zerstört schön war zurück nach fuß ich habe dafür gesorgt dass du ein 1 gegen 1 hinten hattest ja ich habe ihn natürlich macht er nicht hier ist klar ist klar 13 sekunden noch aushalten er macht ihn ganz hoch muss du da auch springen weißt du andere wollte zerstören ein bisschen zu weit nein ich hätte ihn reinmachen müssen der war so gut der war richtig gut ich habe es nur verkackt der war wirklich gut aber wirklich safe eigentlich habe ich den boost geklaut dem torwart hier der jetzt schießt er hat keine hunderter ich habe ihn aber auch 0 weil ich muss drängen zurück schade gekauft er macht ihn jetzt scheiße ich wollte ihn zerstören oh der war knapp jetzt 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 hier drauf aber ein weg gerammt ich spiel den habe ihn der prallt ab ich kann nicht mehr gott sei dank okay wir haben uns gemacht okay wenn du verlassen kann ich verlasse wenn du verlassen schade okay